Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Wir haben hier die Funke Mini-Chucos. Es sind zwei verschiedene Varianten, 2x5 Fontänen, 5 Stufen Verwandlungseffekt. Das Paket hat gekostet 7,99€. Ihr bekommt es auch schon für 6,99€. Ihr wisst ja, Preissteigerung überall. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns die mal an draußen. Die sind, wie gesagt, von Funke. Jetzt können wir mal hinten noch auf die NIM schauen. Wir haben eine NIM von 190g. Das macht 19g pro Fontäne. Und ja, wie gesagt, in F2 zugelassen. Also Freunde, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Mini-Chucos von Funke. So, wir haben ja die Mini-Chucos Nummer 1. Weiß ich nicht, warte mal ich dann. Das war jetzt Mini-Chucos Nummer 1. Chucu-Chucu. So, machen wir gleich mal die 2 noch hinterher. Oder war es die 1? Wir hatten gerade die 2. Jetzt kommt die 1. Also die 1 fand ich jetzt besser. So, nochmal die Chucos für euch. Die 1. Und danach die 2. nochmal. Gucken, die 1. hat aber ganz schön hoch gespritzt am Anfang. Ja, das mit den Hochspritzen wollte ich nämlich nochmal für euch drauf haben auf die Kamera. Jetzt kommt nochmal die 2. Ja. Oh, also schöne Teile. von Zukunft ins Internet Viere von Zukunft inschränkt am Anfang. Von drove es dazu und damitركst mich jetzt weg euch, bis Zeit. Das war drained. Bis zum nächsten Mal.